ist dieses ich vielleicht würde ich keinen Bock auf dein das schließen kann man ganz auf die überspringen oder ok wo ist es left vor ok es ist anscheinend nicht mehr von desktop vor perfekt so habe ich meine sachen gerne wenn sie nicht mehr auf dem desktop sind ihr habt noch gar nicht meinen desktop hintergrund gesehen das hier ist mein neuer desktop hintergrund also wenn das nicht beautiful ist dann ist das nicht geheben bisschen nah dran heute ich habe schon weiter als brücke ich werde sich unsichern es gibt keine renntaste nein nicht schon alle ich habe das dreimal jetzt gemacht näher hallo und so ist und willkommen ihr habt ja schon 14 minuten zugeguckt von daher wenn ihr nicht so weit gekommen seid ohne abzuschalten guckt ihr jetzt auch noch zu ende wenn ihr euch guckt euch warte mal hat jemand molotov nein ok da müssen wir dabei einfach alles abverlangen es ist kalt fuck you fuck you oh you ain't getting me boy ja genau es gibt pass auf die tanks sind genauso balanced ey weg damit die tanks sind genauso balanced wie ein lol also pass auf ja gerade hab ich hättchen irgendjemand fickt mich die ganze zeit an auf jeden fall ja aus prinzip halt die fresse du kleiner homo wir müssen da hoch ja da unten ist der charger scheiß auf den charger einfach weglaufen ah Tom es gibt manchmal es gibt manchmal so es gibt manchmal so Tom das ist wichtig es gibt manchmal witches witch bitches und wenn du die an äh anleuchtest oder abschließt dann fickt die dich one shot und die heulen halt sau laut und daran erkennst du die solange du sie nicht anschießt macht sie dir auch nix aber wenn du sie anschießt oder anleuchtest mit f kannst du wie müsst ihr da hochgekommen hä seid ihr scheiße warum seid ihr mir nicht gefolgt ja ok ich bin darüber ich bin hier die ganze zeit hinter meinem auto seid ihr kacke ich hab doch gesagt wir müssen da hoch ihr seid so kacke in diesem spiel ne wie bist du da hochgekommen Junge da ist ein auto ihr müsst einfach auf diesen scheiß hügel laufen wo seid ihr verpisst euch von da ihr kleine homos da ist es voll kacke da zu sein links genau schön und da ist ein auto da klettert ihr drauf und dann aufs schild ist es so scheiße schwierig guckt mal wer da liegt hä ich weil ihr scheiße seid nein ihr müsst mich neu finden nur mit dem defi ok ja ey 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 das ist richtig lustig lass mich das mal kurz machen wo sind die hier kommt doch gleich so massen oder wenn du auf ein auto schießt ey ich hab einen defi gefunden ey Moment mal ich hab dich grad schon wieder angefickt äh ich hab dich grad auf fikt ja und by the way schieß nicht auf autos weil die haben alarme und dann kommt oh mein ich hab dich auf ein auto geschossen ja wusste ich nicht dass es davon auch geht ich hab wollte es grad zum ersten mal so ausprobieren so richtig premiere ich komm hier rein wo wir sind rechts klick ich komme zu viele äh von was werd ich angefickt ah ein defi cool hab ich nicht gerade gesagt ein defi cool wenn jemand waffen findet aber jetzt hast du halt nur noch eine pistole hab ich auch also das ist ganz scheiße eigentlich ich hab keine pistole ich hab diesen komischen baseballschläger also du musst halt mit dem baseballschläger arbeiten also hier unter dem parkplatz da wo der pool ist äh achtung da ist da irgendwo angezogen oder nicht ja Leute hier ist wieder so ein wichs das jappt und stattdessen noch mal kommen äh bin ich tot okay hier lang schnell schlisch da unten ist auch noch irgendwer irgendwas der Pistich ich heile ich heile grad die ich war doch noch auf Speed allein weil was fein er hatte irgendwie eins theoretisch hat er nur ein Leben aber er hatte noch so meine Shotgun ich hab dich vermisst konnt ich noch werfen wenigstens nein oh mein Gott dass ich die nicht mehr werfen konnte ist besser du siehst ich bin so gut Achtung 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 weg da lass die dahin rennen ich bin molested molested ok ich hoffe mal das hat so ein paar wenigstens weggefickt Granaten zurückgekommen na oh wer war das egal reichte ist ok aber hätte man mehr mit töten können später weil später wird kommt es richtig bitter mit einer Shotgun gelegt ich weiß nicht ich seh keine mach lieber Taschenlampe aus genau F F Taschenlampe aus oh ich hab sie gefunden ich ich hab gar nicht ich hab die nicht mehr angeguckt ich hab sie gefunden ich hab sie gefunden ich hab sie gefunden ich hab sie gefunden ja danke für die danke für die tatkräftige Hilfe ne ihr seid echt toll dankeschön ich guide euch einfach da links ist genau der Safepunkt leider bin ich tot ok tschüss tschüss Rochelle du bist tot ok dann können wir mal weiter oder mhm ich bin gut ausgestattet AHHHHH das ist das ist Tank oder 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 doch das ist ne ich glaube das ist noch ein Tank das ist Tank das ist Tank auf den Tank oh ich bin down oder ah ich verrecke warum seht ihr alle down wegen dem scheiß schwulen Tank was ist mit mir warum seht ihr alle tot weil du down bist du bist auf null gedroppt dein Leben schieß auf den scheiß Tank du Fettsack du kannst ihn der rennt da grad rum ich kenn ja auch nicht was ihr gerade nach links wir wollen gar nicht uns zuwenden nach rechts aufhalten war das halt nicht mal Loot wo seid ihr oh fuck da ist ein Splitter er ist tot hier ist noch ne hier ist noch ne Brand Molotow halt hinter uns wo ist das da oh shit what the fuck warte mal ich werfe ne Rauchbohr äh Molotow er ist da einer Molotow war Verschwendung glaube ich hä ich dachte da kam jetzt noch richtig viel ne egal was bei Molotow würde ich eher so für Tank oder so benutzen hä da stand doch einer von daher kann ich den noch eh jetzt noch war kein Tank nein eine Molotow eine Horde oder habt ihr den doch mitgenommen jetzt ich dachte keiner hatte mehr Platz gehabt ich guck mal kurz nach echt dass der da noch 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 da steht und flammelt guck mal da war noch einer der hat gemisst Tom in Solo Queue Tom in Solo Queue hier ist noch ein Molotow aber schon das Verschwendung guck mal was hier steht oh no Molotow verschwendet oh no no oh no oh no oh no oh no oh no hier sind neue Waffen kommt her kommt her kommt her ich glaube wow hier ist hier ist Match scheiße aber es ist nur zweimal Pillen drin nice besser als gar nichts hier ist vor allem Muni da ist so ne Ruzi glaube ich ich kenne mich mit Waffen gar nicht aus hier ist Ammo genau wer kann die noch aufnehmen da oben da oben da oben steht Brand Ammo da oben steht der Brand Ammo hier kann hier noch jemand aufnehmen ich habe alles voll wir setzen die einfach jetzt fest noch äh ich würde gern wieder nach unten ja ich würde gern wieder nach unten und dann helfen nach unten helft mir helft mir tschüss erchen tschüss erchen tschüss erchen warum seid ihr immer so schwul drauf what the fuck du hast gare was machst du nicht da unten ja was macht jetzt immer überall die koffer rechts okay nichts absolut gar nicht junge du bist so eine fotze wie kannst du dich finden bist du schwul auch nicht anleuchten jedoch wir können wir können einfach an der vorbeilatschen wir können einfach an der vorbeilatschen dürfen du nicht anficken auf f drücken alle und nach unten gucken das ist alles was wir machen müssen ich sag dir das erste der sterben wird dabei ist nicht klappen habe ich angefickt mich steht sie bevor sie mich erreicht guck tom hat drauf geschossen zwar es hätte perfekt funktioniert hätte tom ja die verursachtete hier sind mit scheiße hier sind drei pillen drin nein okay wer hat hat noch hat doch jemand ich habe noch das mit molotov runter oder eine raubbombe alles runter das ist richtig geil wer hat zwei reingeworfen tom du schwuler fett sagt du verbrauchst unsere ressourcen family friendly hier ist auch eine raum die nicht okay erstmal ihr müsst ihr leider raus so ein wettkitz barbombe kann man die aufholen was ist das in der abstellkammer ich mache jetzt jetzt schnell 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 go go run 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 i'm already running oh ich habe ich verlaufen wir müssen dieses scheiß karussell wieder ausmachen ja aber ich weiß nicht mehr wo es reingeht vielleicht hätten wir das vorher so ausmachen sollen wo man reingeht ok dann geh rein geh rein geh rein oh ja jetzt weiß ich auch ja f*** mich all das hätte ich wissen können warum das ist schnell ich gebe die deckung ok wenn er meint ich springe über die zäune drüber ich auch ich schieße einfach mal weiter rein wir müssen diese scheiße jetzt mal ausmachen ich mach ich mach ich mach ich mach ja hier hat es ausgemacht ok wir mussten es anmachen wir haben es schon ausgemacht du fettsack ich habe keine abo mehr ich kann ich ja ich versuche schon zu helfen glück rechts klicks wenn richtig könnte es noch kannst aber ich bin der einzige ach so rochelle opfert ich mal so was so was von tot wer hat sie wer hat sie angefickt ist ja auch egal rein rochelle nein rochelle soll auch rein nein nein lass die ich möchte die mehr leben die hattest du ok f*** die scheiße tschüss ja ok lass die verrecken junge was sollen wir machen die rochelle ist einfach inzig nein ich mach das ich feite das bis zum ende Nee den liebes tunnel ne mach ich ganz obericht aber das ding ist mach ihn lieber liegen weil er hat ihn mehr leben ja hahaha er hat dann mehr Leben Du musst jetzt nicht erst mal sterben, das dauert nichts, gell? Ja, ne, ne, nicht sterben, ich sterbe sterben, keine Sorge. Nö. Warte die Fresse, ich führ leise. Alter, wie viele Minuten sind das? Ich glaube, ich mache zwei Parts draus, also, wenn ihr weitergucken wollt, dann schaut euch einfach das nächste Video an. Bis gleich. Bis gleich.